Da sind wir schon fast in meiner Küche. Tada! Ihr könnt ja sehen. So, jetzt. Popo einziehen. Bella bleibt da, ich will dich doch zeigen. Was veranstaltet der Max? Hier sieht's aus wie die Sau. Aber Garage, ey, bin Jungs. Bin Jungs. Hallo, guten Morgen. Oder fast schon guten Mittag. Da ist die Bella, die begrüßt mich gerade. Hallo. Ich komm grad von der Arbeit. Und bin echt total kaputt. Ich muss es zugeben, das ist immer der anstrengendste Tag der Woche. Ich gebe es zu. Aber ich bin total glücklich, weil der Max mir gerade gesagt hat, dass der Postbote da war. Und er hat mir die Hello Fresh Box gebracht. Der Max ist ja noch zu Hause morgens. Das Studium hat nicht begonnen, deshalb hat er sie entgegengenommen. Da seht ihr die Bella. Und ich bin jetzt echt total gespannt. Ich bin so froh, dass ich jetzt nicht noch einkaufen musste. Mein Mann, der steht auch gleich vor der Tür und fragt mich dann, Und was hast du gekocht? Das macht er immer, um mich zu ärgern. Um 12 Uhr ist er ja mittags immer da, ganz kurz in seiner Mittagspause. Da darf das alles gar nicht so lange dauern. Das muss total schnell gehen. Und wer kennt's? Und alle Mütter unter euch dürften das kennen, ne? Früh morgens vergeht die Zeit immer total schnell. Man dreht sich dreimal im Kreis, war vielleicht noch auf der Sparkasse oder hat irgendwas erledigt. Hat's Haus geputzt oder die Wohnung halt aufgeräumt. Und dann stehen die Kinder da und, Mama, was hast du gekocht? Ja, danke fürs Gespräch. Also, ich sehe die Box schon. Ich bin gespannt. Der Max hat sie schon aufgemacht. Das finde ich jetzt gemein. Ich wollte mich nämlich total überraschen lassen. Also, das Konzept hinter der Halo Fresh Box finde ich total gut. Es geht nämlich darum, dass man Zeit spart und auch Lebensmittel spart. Das bedeutet, die Portionen sind nämlich ganz genau abgemessen, abgewogen, sodass man dann eben keine Lebensmittel wegwirft oder zu viel gekauft hat. Und der Max hat schon gesagt, Mama, der Karton, der war total schwer. Ja gut, wir sind halt auch sechs Personen, ne? So, also, wir gehen jetzt mal in die Küche. Und da sind wir schon fast in meiner Küche. Tada, ihr kennt sie ja alle. Hier mein, äh, ja, Arbeitsplatz. Nein, ich koche doch total gerne. Das wisst ihr, ich liebe es zu kochen. Ich liebe es einfach, neue Rezepte auszutesten. Und deshalb bin ich total glücklich, dass ich jetzt die Halo Fresh Box testen darf. Und wie gesagt, der Max hat sie leider schon ausgepackt. Wir gucken jetzt mal gemeinsam, was darin enthalten ist und welche Rezepte vor allen Dingen, weil ich überhaupt nicht weiß, was es jetzt zu essen gibt. Aber wir suchen jetzt gemeinsam was aus. Oh mein Gott, Leute, das ist so krass. Also, das sind also die jeweiligen Pakete. Ich habe natürlich schon reingeschaut und das ist so, so ordentlich verpackt. Und hier sind dann die Rezeptkarten. Und so wie ich das verstanden habe, habt ihr hier dann die jeweiligen Farben, ne, zu dem jeweiligen Rezept hier. Und da seht ihr dann hier die Farbe dazu. Also, dann wisst ihr, welches Rezept, ähm, ja, darin enthalten ist, sozusagen. Und hier habe ich auch schon reingespitzt. Das ist sowas von krass, wie das hier alles verpackt ist. Schaut mal, hier sind so Becher. Und dann hat man hier das jeweilige Produkt, damit da eben nichts kaputt geht. Also, auch Bio und der absolute Wahnsinn hier. Dieses zum Beispiel, das kenne ich gar nicht. Traue mich gar nicht, das auszusprechen, weil ich es wahrscheinlich falsch sage. Aber da bin ich sehr gespannt auf dieses Rezept. Dann haben wir hier noch Tofu und Kartoffeln-Gnocchi haben wir hier. Also, das ist echt so, so krass und so gut verpackt. Der absolute Wahnsinn, wirklich. Also, ich bin total begeistert. Jetzt schauen wir einfach mal, was wir gleich kochen werden. Ich frage mal den Max, auf was er Lust hat. Und das muss jetzt wirklich schnell gehen, weil mein Mann gleich vor der Tür steht. Und hier seht ihr nämlich die Minuten, wie lange ihr dafür braucht. Und auch, wie schwer es quasi ist, ob es vegetarisch ist und so weiter. Also, ich muss mir das jetzt gleich alles durchlesen. Und hier habt ihr die genaue Anleitung dazu. Oh mein Gott, ich freue mich so, ich freue mich so. Und vor allen Dingen die ganzen Rezepte, das sieht alles so lecker aus. Schaut euch das bitte mal an. Wie lecker ist das bitte? Hier, also, ich bin total aufgeregt. Ich starte jetzt, ich wasche mir schnell meine Fingerchen, ziehe meine Jacke aus. Und dann starten wir hier durch. Okay, also, der Max hat sich jetzt für dieses Gericht hier entschieden. So sieht es aus. Und, ähm, ja, das ist dieser, ach, wie hieß der jetzt nochmal? Mein Gott. Äh, Paner. Das ist ein Käse. Und das wusste ich auch nicht. Habe ich noch nie gegessen. Also, ich bin total gespannt. Hier steht dann auch alles. Hier sind die Zutaten, die eben in der Tüte waren. Alles, äh, ja, abgewogen, beziehungsweise genau für dieses Rezept eben, äh, zusammengestellt. Und hier, äh, sind jetzt die ganzen, äh, Schritte, die man beachten sollte, wenn man jetzt anfängt zu kochen. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt einfach. Ja, ich freue mich so. So, jetzt seht ihr mich auch wieder nicht wundern. Ich habe mich nicht umgezogen. Normalerweise mache ich das natürlich. Sobald ich zu Hause ankomme, ziehe ich mir was Bequemes an. Aber das will ich euch jetzt ersparen. Ich habe jetzt meine Hände gewaschen und ich fange jetzt an, das alles klein zu schnippeln. Beziehungsweise, ich habe schon einen Teil klein geschnitten. Und ja, wie gesagt, ich bin total gespannt, wie das Ganze jetzt so ist, wie das schmeckt. Und sage euch da natürlich auch meine ehrliche Meinung dazu. Das Thema ist halt, man hat diese Zeitersparnis. Einfach, dass man ja nicht einkaufen gehen muss. Man muss sich nicht anstellen. Alles in den Wagen. Dann wieder aus dem Wagen raus. Aufs Band bezahlen. Und wieder in den Wagen und ins Auto. Und so weiter hochschleppen. Es ist echt so nervig. Und ihr könnt euch ja vorstellen, dass man in einem 6-Personen-Haushalt so einiges einkauft. Ja, und dann ist das natürlich schon in gewisser Weise eine Erleichterung. Also, ja, was soll ich sagen? Also, ich bin jetzt zum Beispiel total froh, dass mir das hierher geliefert wurde. Auch zum Beispiel, wenn man sich verletzt hat am Bein oder am Arm. Keine Ahnung. Oder wenn man gerade kein Auto hat zur Verfügung. Weil es der Ehemann hat. Oder was auch immer. Es gibt ja immer irgendwie so Situationen. Da ist man einfach froh, wenn man so eine tolle Möglichkeit hat. Und ja. Leute, hier riecht es so, so gut. Schade, dass es noch kein Geruchs-YouTube gibt. Oh mein Gott. Ich bin so gespannt. Ich glaube, ich habe es schon zehnmal gesagt. Ich nutze jetzt mal ganz kurz die Zeit, während es hier alles vor sich hin köchelt. Und räume mir diesen Karton hier. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Könnt ihr sehen. So, jetzt. Popo einziehen. Und ja, währenddessen räume ich mir jetzt mal die Sachen in meinen Kühlschrank. Aber davor muss natürlich alles raus. Schön auswischen. Ihr wisst. Ich kann irgendwie nie stillstehen. Das wisst ihr, ne? Deshalb nutze ich jetzt die Zeit. Also, ich schneide euch mit. Oh, ihr seid ganz schön weit weg, ne? Ich hole euch, glaube ich, noch mal ein bisschen mehr. Oder? Was meint ihr? Ja, ich hole euch ein bisschen mehr. So machen wir es. Moment. So besser? Ich glaube schon. Okay, los geht's. Oh, der Karton ist so schwer. Oh mein Gott. Erstens, wie gesagt, alles aus dem Kühlschrank raus. Ich muss jetzt Gas geben. Ich habe nämlich nur zehn Minuten. Und dann geht's weiter. Aber das schaffe ich. Das schaffe ich. Oh nein. Oh nein. Ich muss mich beeilen. Okay. Moment. Leute, könnt ihr das riechen? Voll gemein. Das riecht so gut. Okay, jetzt muss ich noch fünf Minuten den Käse und die Zucchini anbraten. Ich mache schnell weiter. Ich habe mir jetzt die ganzen Gerichte hier verstaut, also die jeweiligen Packungen dazu, sagen wir es mal so. Ich hatte den Kühlschrank ja davor ausgewischt und hier, das wollte ich euch auch noch zeigen und zwar ist das Verpackungsmaterial hier voll recycelbar. Also das finde ich auch richtig klasse, dass das HelloFresh darauf achtet und hier diese Kühlpads, die könntet ihr entweder zurückschicken oder, so wie ich es jetzt mache, ins Gefrierfach legen. Sowas braucht man immer zu Hause, wenn man ins Schwimmbad geht oder, oder, oder. Das habe ich sehr, sehr gerne zu Hause und das Essen ist jetzt fertig und deshalb muss ich mich jetzt beeilen. Das packen wir jetzt noch hier ins Gefrierfach. So. So. Und jetzt lassen wir es uns schmecken. Und so sieht jetzt das fertige Gericht aus. Lecker, oder? Was meint ihr? Also es duftet unheimlich gut, wie gesagt. Wir lassen es uns jetzt schmecken. Das war so, so lecker. Oh mein Gott, ich freue mich schon auf morgen, wenn ich das nächste Gericht koche. Ihr könnt schon sehen, ich habe die Küche soweit aufgeräumt. In der Zwischenzeit haben die Kinder Hausaufgaben gemacht. Ich war noch draußen, habe die Wäsche aufgehängt bzw. abgehängt. Und jetzt möchte ich unbedingt rausgehen mit den Kindern und dieses wunderschöne Wetter noch ein wenig nutzen. Da draußen liegt die Bella. Wir rufen sie mal. Bella! Bella! Na komm! Und die nehmen wir jetzt nämlich mit und gehen eine Runde spazieren, damit wir, wie gesagt, ein bisschen was vom Wetter haben. Ja, wir gehen Kassi, ne? Wir gehen Kassi, Bella. Bella! Bella, bleib da, ich will dich doch zeigen. Ja, ja, freust du dich? Okay, meine Lieben, ich würde sagen, wir sehen uns draußen wieder. Ja, du freust dich, du weißt schon, dass es rausgeht, ne? Du weißt, dass es rausgeht. Okay, also, bis gleich. Okay, ich bin nicht weit gekommen, nämlich nur bis zur Garage. Hier sieht es aus wie die Sau. Und zwar hat er sich diesen hinteren Raum unserer Garage unter den Nagel gerissen und hat hier seine Lounge reingestellt und ist hier jetzt gerade am... Musst du niesen, Max? Ja! Also, er hat hier seine Lounge reingestellt und einen Fernseher und so weiter. Boxen macht er gerade und da hinten ist so ein Regal. Das hatte ich mal gekauft. Und ja, hier will er auf jeden Fall abchillen mit seinen Freunden, damit die Mama nicht schimpft, wenn die oben zu laut sind. Hier sieht es aus. Leute, das ist keine Garage. Das ist hier keine Garage. Es ist gut, dass ihr das hier nicht seht. Das ist ein Schlachtfeld. Also, das hat er sich jetzt hier gerade angesprüht, ne? Das war in so einem ganz hässlichen, holzfarbenen irgendwas. Finde ich, ist ganz gut geworden. Da soll jetzt dann der Fernseher drauf, der hier. Und schaut mal, wie es hier aussieht. So sieht es also bei Teenagern aus. Ganz schlimm, Leute. Ja, er ist ja noch nicht fertig, hat er gerade gesagt. Ich bin mal gespannt. Also, hier aus diesem Raum quasi ist alles nach vorne gewandert. Und vorne in der Garage, ja, waren eh schon ganz viele Fahrzeuge und Fahrräder und Bobbycars. Das ist ein Roller, ein Anhänger, fünf Mülltonnen, ein großes Regal, Winterreifen, Feuerlöscher, Grill. Was haben wir noch? So eine Box für die Bella ist noch da. Hier haben wir noch einen ganz großen Schrank. Hey, Leute, unsere Garage, ich sag euch, die werdet ihr nie zu sehen bekommen. Und immer, wenn das Garagentor hochfährt, sag ich zu den Kindern, macht's schnell wieder zu. Nicht, dass das die Nachbarn sehen. Ja, das ist also die Wahrheit. Ach, und Schlitten, Schlitten stehen da vorne noch ganz viele. Schlittschuhe sind da hinten. Eigentlich müssten die Schlitten da hinter. Egal. Okay, also die Jungs sollen jetzt hier mal weitermachen. Max Kumpel ist nämlich auch da und unterstützt ihn tatkräftig. Gell, Pasi? Ja. Ja. Und dass, wenn die Mama wieder kommt, dass hier hoffentlich ein bisschen was passiert, ist, oder? Ein bisschen ordentlicher aussieht. Hier sieht's aus. Naja, egal. Aber der Max macht das schon. Er hat sich auch die Teppiche schon abgesaugt. Der Max macht das schon. Es ist alles, braucht alles seine Zeit, ne, würde ich sagen. So, jetzt geht's wieder hoch. Oben ist nämlich schön aufgeräumt. Yay! Nicht so unordentlich wie da unten. Ne, ist ja schrecklich durch da die Krise. Ja, und wir wollten ja eigentlich Gassi gehen. Das machen wir auch gleich. Ich muss nämlich noch den wirklich von der Schule abholen. Deshalb können wir jetzt erst noch nicht Gassi gehen. Und, äh, ja. Aber hier ist alles schön aufgeräumt. Nicht so wie in der... Seht ihr mich? Nicht so wie in der Garage. Aber Garage, ey, wen juckt's. Wo ist denn die Feine? Was hast du denn gesehen, Bella? Was hast du denn da gesehen? Ach, da kommt noch ein Hund. Kennen wir den? Warte. Kennen wir den? Ja, den kennen wir. Ja, so ist fein. So, jetzt sind wir aber wirklich spazieren mit der Bella. Heute ist so, so schönes Wetter. Da ist auch der Lassi. Und ihr könnt schon sehen, die Sonne blendet mich total. Wahrscheinlich passt jetzt gar nicht vom Licht. Aber es ist ja schön, wenn die Sonne scheint, ne. Also schön rausgehen, spazieren gehen. Genießt die Zeit. Draußen, da vorne ist die Bella. Der Lucky ist auch da vorne. Und ja, ich hoffe, dass jetzt in der Zwischenzeit der Max die Garage aufräumt. Das ist ja das absolute Chaos, was der da angerichtet hat. Aber ich finde es ja auch schön, dass er solche Ideen hat. Die Sommerlounge, die er draußen auf der Terrasse hatte, muss ja eh weg in die Garage. Und jetzt hat er sich da halt sein Reich geschaffen, damit er da unten mit seinen Kumpels chillen kann. Er hat ja ein großes Zimmer, der Max. Aber es ist tatsächlich laut, wenn seine Kumpels da sind. Also passt es schon so. Jetzt hat er ja noch ein bisschen Zeit, das Ganze aufzuräumen. Ich schaue gerade nach der Bella. Da ist sie. Da ist sie, die kleine Feine. Ja, komm. Ja, komm. Was hast du denn gesehen? Ich zeige euch dann im nächsten Video, wie schön es geworden ist. Hoffentlich in der Garage, wenn man das so nennen kann. Und ich habe übrigens auch noch einen Rabattcode für euch, für die HelloFresh-Box. Habe ich vorhin ganz vergessen, euch zu sagen. Also wenn ihr Geld sparen wollt und das auch mal testen wollt, dann schaut gerne mal unten in die Infobox. Ich blende euch jetzt hier auch nochmal meinen Rabattcode ein. Da könnt ihr, wie gesagt, Geld sparen. Ich finde es eine richtig coole Aktion. Ich freue mich jetzt schon auf die nächsten Gerichte, wenn ich ganz ehrlich bin. Und ja, ich verabschiede mich jetzt von euch. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Video. Tschüss!